Willkommen auf meinem Spielplatz Es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages Du bist hier das Alpha-Tier Scheiße 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 Scheiße, wo muss ich hin? Ich muss da hin Ich muss da hin Ich will das nicht spielen Ich glaube, wenn ich zu lange hier blande bleibe, kommt das gar nicht wieder Ich kann hier nichts hacken Dank doch mal Ich kann hier nichts hacken Das Scheißteil kommt doch gleich wieder Okay, ich habe das eben gesehen Yay Aber wir wissen immer nicht, wo es ist Oh nein, da hinten Von Interesse Okay Okay Schnauze jetzt da hinten Oh diese Unsicherheit Das ist doch zum Kotzen Okay, gehe ich jetzt gerade drauf zu? Ich muss da hinten Hier Das ist wahrscheinlich gar nicht dieses An dieser Aufzug Oh fuck 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 Hallo Mr. Pistole. Na, was geht ab? Ich brauche mal deine Hilfe. Warum? Wenn ich so ein bisschen buchen, will die an den Kran gehen? Ein bisschen buchen ist schön. Och, ne, sag ich jetzt, ich muss wieder da hinten rein. Oh, schein. Alter. Kass auf eure Spiele. Das ist ein Kack. Was war das für ein Geräusch? Ist in Ordnung. Du bleibst dort. Ich geh hier hinten hin. Da hinten ist nämlich irgendwas von Interesse. Was ist das denn? Gesperrt, okay. Das ist schön. Ich muss diesen Aufzug hecken. Ich frage mich nicht, wie. Oh nein, bei der Leiche ist das von Interesse. Sobald ich das von der Leiche habe, bin ich am Arsch. Das war's? Was habe ich denn mitgenommen? Sandgranaten, Bauplan. Oh ja, warum auch immer. Wie viele haben wir jetzt davon? Eine. Dann machen wir uns mal drei Stück. Ich kann keine drei Stück machen. Hier ist es schön. Hier ist die Teppichabteilung. Ihr meistert mir das gequem. Ach ja, ist das herrlich. Oh, Alter. Techworkshop. Ja, sieht aus wie ein Workshop hier. Das Schlimmste an diesen Horrorspielen oder Horrorfilmen ist immer die Musik. So, wir sind jetzt aber keinen Schritt weiter gekommen. Wir haben jetzt Blendgranaten. Die Leiche konnten wir jetzt nicht durchsuchen, oder? Gucken wir mal, ob wir die Leiche durchsuchen konnten. Ich weiß, ich benutze sie jetzt gerade ziemlich häufig. Aber leck mich doch am Arsch. Schön. Okay, wir haben einen Ausweis. Warum hält sich das Alien ausgerechnet da immer auf, wo ich bin? Ist es vielleicht ein Fan von mir? Will ich ein Autogramm haben? Junge, ich habe bis jetzt nur über 100 Abonnenten. Mehr habe ich noch nicht. Das heißt, ich muss jetzt mit der Karte da hingehen. Das aktivieren. Weil du weißt nicht mehr, ist es überhaupt noch da, oder ist es schon weg? Super, hier bin ich erst rein versteckt. Was muss ich machen? Was ist denn bitteschön ein Kreis? Mehr gibt es nicht an der Gende, oder was? Da steht da, hacken Sie den Aufzug zum Sixxon Communication. Wir haben einen Ausweis gefunden. Sorry Leute, ich stelle mich jetzt gerade echt nicht blöd an. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Okay. Speichern nochmal in aller Ruhe. Speichern wir. Trolololololololololololololololololol. Okay. während der hier speichert verabschiede ich mich schon mal ich bedanke mich für das zusehen wie immer, schreibt alles in die Kommentare ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online und damit, ciao